Musik Eines Tages im Winter saßen die Tiere im Haus beisammen. Miau, irgendwie sind die Menschen anders als sonst. Uff, ja genau, sie sind so aufgeregt. Und mich sehen sie so komisch an. Ob das überall auf der Welt so ist? Und so flogen die Vögel in die ganze Welt. Sie schauten, ob im Dezember dort die Menschen auch anders waren als sonst. Zuerst kamen sie in den Wald. Musik Was ist denn los, dass ihr mich auf dem Winterschiff aufweckt? Die Menschen sind so aufgeregt. Sie kommen, sie schneiden schöne Tarn und schöne Fichten. Dabei ist Bäumefekt hier im Wald meine Aufgabe. Es muss um einen Fest gehen. Musik Das war ein erster guter Hinweis. In Afrika erfuhren sie noch mehr. Musik Ich staune über diese Menschen. Über das ganze Jahr jagen sie uns. Und jetzt denken wir an etwas anderes. Und lassen uns endlich in Ruhe. Ich habe gesehen, dass sie am 25. Dezember etwas feiern. Musik Und in Australien und China hörten die Vögel auch wichtige Dinge. Musik Obwohl es hier im Dezember so heilt ist, dient ich manchen Menschen einen roten, warmen Mantel an. Und setzen eine rote Mütze auf. Sie verteilen große und kleine Päckchen. Das nennen sie Geschenke. Musik Musik Schließlich flogen die Vögel sogar zum Nordpol. Musik Am 24. Dezember ist immer hier der Bär los. Da fliegt der riesigen Schlitten mit den Rentieren weg und einer dicken roten Mann. Am Abend, wenn der Schlitten zurückkommt, ist er ganz leer. Musik Nun, jetzt wussten die Vögel eine ganze Menge. Am 24. Dezember bringen rot angezogene Männer in einem Rentierschlitten zu einem Fest Geschenke. Sag, weißt du denn jetzt, was da gefeiert wird? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020